Bist auch drin? Moment anmelden, ja ich bin auch drinnen. Eins, zwei, drei. Hallo Leute! Hallo! Hallo Maxi! Hallo! Mir geht's, wie steht's? Ja... Eh, eh gut. Bin halt vorige Folge abgekratzt, also vor... Oh... Nicht die Folge... Ja, heute muss ich auch mal ein bisschen kürzer machen, weil die letzte, die war ein wenig zu lang, sorry. Da merkt der Chef wieder. Oh, das ist nicht gut. Ja, ja, der Benni. Und es ist Tag, juhu! Ja, zum Glück. Ach, guck mal, Maxi! Ja? Du machst zwei Zehn erfolgen. Und, äh, 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 weil Julian auch schuld ist, muss er jetzt nach seinem Tod vier Zehn erfolgen oder sowas machen. Er hat zwanzig Minuten Strafzeit nur nur Zehn. Ich hab Zehn. Ja. Ja. Okay. 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 Ja, ich bau jetzt lieber mal mein Grundstück einmal aus, dass ich nicht immer hinunterfalle, wenn ein Zombie mit mir... Und Fackeln draufsetzen, nicht vergessen. Ja, genau. Fackeln auch. Muss ich dann auch Kohle, Holzkohle machen. Da steckt ja ein Kürbis in der Erde. Wirklich. Minone, Minone. Haben wir echt keine Kartoffeln mehr? Schau mal in der Essenskiste. Mh, 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 mh. Ich glaub sind keine mehr da. Irgendeiner hat letzten zwei gegessen und das waren die Einsesten. Sicher? Derjenige muss bestraft werden. Ich glaub hier sind doch noch bestimmt noch welche da zwiechten, oder? Die noch nicht groß sind. Hm. Und keine Erde mehr da. Aha. Na super. Das fängt mal gut an. Hm. Ich glaube wir müssten wieder mal ein paar Bäume anpflanzen. Äh, haben wir hier irgendwo noch ein paar Bäume stehen? Ähm, ne. Aber in der Kiste sind Setzlinge. Wachsen die Kürbisse und Melonen nur, wenn Erde nebendran ist? Äh, keine Ahnung, glaub schon. Die müssten doch eigentlich trotzdem auf den Stein doch landen. Äh, ich glaub das ist, ich glaub das war scheißegal. Ja? Okay. Glaub ich aber, ich weiß es, ich weiß es jetzt nicht. Ich mach mal ein Ding hier weg. Okay. Okay. Wir warten mal sehen. Hm. Ob der jetzt die Erde aussucht oder das Stein. Das Stein. Doch. Doch. Nein. Doch. Doch, dass du doch, dass du doch. Ach, dass du doch du doch. So, so! Wenn du es eurer Aufnahme stillst! Was? Ich dachte, der Mensch ist eure Aufnahme still. Ja, wahrscheinlich sind wir noch alle so müde. Es ist noch so früh. So früh, ja. So früh. 14 Uhr ist früh. Einfach nur so früh. Ein Bäumchen. Zwei Bäumchen. Du musst mal gucken, wann ich aufgestanden bin. Als ich hier aufgestanden bin, habe ich dir ja dieses komische Wort geschickt. War noch so im Halbschlaf. So, ne, das finde ich hier nicht. Die Sonne hier runter, die Sonne hier runter. Oh, oh. Ich geh ins Haus, da bin ich wenigstens geschützt. Mama! So, ich lieg schon im Bett. Ich hör schon slimy. Oh, super. Also, also für mich ist noch morgens, weil ich bin um 11 Uhr 43 aufgestanden. Oh, okay, ja. Wieso steht hier eigentlich nur ein Bett? Benni? Wo denn? Ja, in unseren Häuschen hier. Da steht nur eine Ahnung. Und das Haus ist noch komplett, ja? Wo ist Slimy? Will Slimy prügeln? Da ist er. Wie? 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 Warum ist sie also bereits ein Jegcare? Ja. La 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 la. Also Melonen sind echt gut. Die wachsen schnell Und das sind auch sehr viele Das Ding ist bei den Melonen Die kannst du abhauen Und die Pflanze kannst du einfach stehen lassen Ja, ja Ja Das ist echt cool Das heißt, wenn wir eigentlich Das mal gucken, dass wir eine große Plattform Irgendwann mal hinkriegen Um da die ganzen Sachen anzupflanzen Ja, da brauchen wir aber auch Erde Wahrscheinlich müssen wir alle Erde zusammen holen Und daraus ein Feld Ja, ja Wie lange habe ich denn noch? Nicht mehr lange Wie lange inzwischen noch? Bei unserem Keine Ahnung Ich kann euch nicht sagen, wie lange ihr schon aufnehmt Keine Ahnung, mal gucken, wann Ino angefangen hat zu rekorden Und so ungefähr kann ich euch das dann sagen Okay Akku Ino startet Aufnahme 14.05.29 Das heißt, ihr seid jetzt 10 Minuten in der Aufnahme Ungefähr 9 Minuten, 10 Minuten im Wasser dazwischen Okay Ja, ich meine Aufnahme ist eben auch gleich aus Eine Minute noch circa Genau als zu spät So Ja, ein paar Sekunden habe ich noch Ja Ja So Dann sage ich jetzt schon mal Tschüss Danke fürs Zuschauen Genau Ciao Und genau Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ciao